heute gibt es meine favoriten ich zeig dir die zehn dinge der letzten zeit die ich am meisten genützt und am meisten gefeiert habe und loslegen werde ich nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco ich zeig dir heute meine zehn favoriten der letzten zeit und wir fangen am besten gleich mal mit der serie der flash an das ist schwierig also ich habe mir jetzt lange überlegt soll es als favorit nennen oder nicht weil manche folgen und manche staffeln da schon sehr abwegig sind also ich fand zum teil viele folgen von einzelnen staffeln nicht ganz so toll aber dann habe ich wieder andere folgen total gefeiert und das sind diese serie ist bei mir so ein bisschen abschalten flash ist ein superheld aus dem die sie universum und er ist wie bei vielen anderen auch durch einen unfall zum superheld geworden und er kann ganz 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 schnell rennen ich denke man kennt der fläche als comic figur ich war bis dato immer ein fan von von batman oder auch von spider-man spider-man ist ja aus marvel universum und ich habe einen hang zu solchen serien aber auch nicht immer na also ist es für mich so die typische abschalter serie also da kann ich mich halt wirklich wunderbar entspannen weil da musst du nicht viel nachdenken also das schaust du einfach nur und lass dich für riesen machen wir weiter mit meiner wasserflasche das ist eine soul bottle und ich liebe diese flasche das hat einfach mega geschickt ich habe vor einem jahr habe ich mir einige holt das ist eine qualität auf gewesen warum ist da jetzt keinem drauf ich habe meine flasche innerhalb von einem tag es war sogar ein halber tag kaputt geschmissen und ich möchte an der stelle noch mal der abonnentin danken wie in diese flasche gekauft hat solche sachen lieb ich halt einfach also im allgemeinen geschenke die sinn bringen die mehrwert bringen also diese flasche hat mir einen hundertprozentigen mehrwert gebracht weil ich bin inzwischen schon so ein absoluter gegner sagt auch freunden und bekannten irgendwie zu irgendwelchen festen sei es geburtstag etc dass wir lieber nicht schenken sollen weil irgendwas ich bin kein freund davon absolut nicht da blutet mir mein minimalistisches herz es gibt inzwischen so schöne flaschen meine unverpackt laden hat auch so schöne flaschen aber ich brauche nur eine und das ist die ja und die würde schon x-mal aufgefüllt und ich habe mir sogar jetzt überlegt ob ich so ein kopf ding dazu kaufen soll es gibt es von solbottel von solbotteln gibt es übrigens auch metallflaschen meine ist von einer anderen marke die ist genauso gut aber die solbottels sind schon schöner ich liebe die und bis jetzt ist noch nicht kaputt gegangen also man länger als ein tag gehalten hat über ein jahr vielen lieben dank an dich nochmal für das geschenk das hat einfach total gebracht übrigens bei allen sachen die ich unten als affiliate link verlinkt muss ich hier werbung schreiben das bedeutet nicht dass ich grundsätzlich für die sache jetzt geld bekommen sondern ein affiliate link ermöglicht mir natürlich dass wenn du über den link einkauf ich jetzt bekomme deswegen möchte ich so fair sein und eben das ganze bemerkbar machen ich muss es auch reingesetzlich mal davon abgesehen sprechen wir über dieses ding es ist nicht zauberhaft schön naja so stylisch ist es nicht aber es hat einen zweck wer mir ein bisschen auf meinem zweitkanal minimalistisch intuitiv vegan folgt war es das mutter ein bisschen rückenschmerzen hatte das habe ich durchweg schon seit jahren ich habe so eine stelle am rücken die ist so und wenn das ganz akut ist strahlt mir das bis an den lendenwirbel aus ich habe dann nackenprobleme er hat so müsste ich machen und das sind ausweich probleme sollten dass mein physiotherapeut erklärt also du weißt dem eigentlichen schmerz aus und durch das wird hat dann noch schlimmer und ein freund von mir hat hat mich auf die idee gebracht einer gemeint hat so ja ich hatte auch jahrelang rückenschmerzen aber ich bin halt auch immer auf einem scheiß stuhl gesessen jetzt ist das jahr 2020 bei mir recht finanzintensiv gewesen auto beim tüv gewährung hat über 1000 euro gekostet dann brauche ich halt eine brille da ist natürlich jetzt nicht unbedingt mehr ein stuhl drin und am stuhl soll es ja auch nicht sparen das definitiv nicht aber das wird mir die nächste investition sein und das definitiv also das muss sein also jetzt erst mal ein sitzkissen und das bringt es auch schon in diesem sitzkissen ist luft das kannst du auf blasen gibt es eben bei amazon du kannst mit diesem teil aber auch sport übungen machen so kannst du zum beispiel so übungen entstehen machen also das ganze ding als balance board nützen oder eben auch wenn du bauchmuskelübungen machst dich auf dieses teil setzen auf dem boden und dann hat deine übungen das macht die ganze sache eben noch ja intensiver schwerer und es hat wunderbar für den rücken weil du dich halt immer so ein bisschen durch das luftpolster ausgleichen muss ich möchte das ding nicht mehr missen ich kann natürlich jetzt nichts langzeitiges sagen aber ich bin schon der meinung es hat bis dato ein bisschen was gebracht ich habe vor kurz und dann auch wieder so was ähnliches wie ein hexenschuss und habe mir das halt oftmals unter an unseren rücken geschoben wenn ich gelegen bin und selbst das hat schon was gebracht das war echt nicht schlecht auch etwas was zu diesem jahr gehört was das ja ein bisschen teuer gemacht hat aber als kleines unternehmen solltest du dich nach möglichkeiten auch so ein bisschen verbessern was das equipment betrifft und das hier ist micro und ich weiß nicht ob du mir auf meinem zweitkanal folgst das kann hier bis dato erst bei einem video das glaube ich noch nicht freigeschalten das bin ich mir noch nicht sicher es kann auf jeden fall erst einmal zum einsatz das ist so toll ich habe ja auch gleichzeitig noch einen asmr kanal wo ich recht unregelmäßig hochladen aber für asmr ist das hat perfekt und für meine anderen videos schrägstrich livestreams es ist hat der hammer da hat man halt erst mal gemerkt wie beschissen das mikrofon meinem laptop eigentlich ist das hat 140 euro ich werde auf jeden fall auch mal wieder unten in die infobox packen waren nicht ganz billig also ich habe mir auch wirklich lange überlegt holst du es dir jetzt oder wo ist es dir nicht aber das hat wirklich eine sache an der hast du ein bisschen und das ist halt auch dementsprechend schwer und das ist halt auch qualitativ echt erstklassig du kannst das mikro auch aus dem ständer ausmachen und in der aufhängung rein machen wenn du den platz dazu hast wenn ich zukünftig wahrscheinlich tun von der isli wie habe ich dann den pop schutz bekommen damit man hat nicht jeder wie sagt man wenn man zu nah rangeht jeden atemzug und jeden windzug hört an dem mikro das ist echt feinfühlig und grandios ich lieb total und bin echt froh dass ich mir das einfach geleistet habe anders gesagt ich konnte mir dieses mikro leisten weil ihr meine zuschauer seid also das kann man an der stelle schon mal sagen und dank ihr ist an der stelle glaube ich auch angebracht dieser tee bedeutet für mich schlafen gehen also das ist der guten abend von dm bio und da habe ich schon die ein oder andere packung platt gemacht also das ist ein team mit lavendel wer lavendel nicht mag der wird natürlich auch kein freund von dem tee aber ich merke bei mir immer mehr dass ich so tees mit so künstlichen geschmacksmorfen vanille oder karamell geht bei mir immer noch aber wenn dann im tee irgendwie nach vanille kipferl oder irgendeinem keks schmeckt oder das mag ich nicht also ich merke immer mehr das ist nicht mein ding ich bin mir so ein kräuter schrägstrich früchte schrägstrich grüntee typ und die sorten reiner dass du besser und dann zeige ich euch das ist wirklich nur ein papier verpackt biotee aus kamille melisse salbei lavendelblüten fenchel orangenkletter zitronen gras die solzwurzel passions blumenkraut fertig also das wirklich nicht viel drin nur hat der lavendel schmeckt hier hat schon sehr stark raus ich liebe den tee jedes mal wenn du leer ist wird danach gekauft wie gesagt und seit schon so ein standard und perfekt für den abend weil das ist so dieses jetzt gehe ich dann bald schlafen oder jetzt beruhige ich mich mal so ein bisschen jetzt abend und so jetzt kann ich so ein bisschen entspannen das symbolisiert der tee für mich halt einfach also eine richtig geile sache kann ich empfehlen eine food sache die ich euch einfach empfehlen kann bei mir hat ein dance bio markt aufgemacht und den haben wir jetzt auch schon zum zweiten mal nachgekauft das erinnert mich 1 ich habe früher so presso käse geliebt habe ich die aufstriche also die die frischkäse dinger war richtig gelegt und der ist natürlich vegan und schmeckt 1 danach glaubt der preis war unter 2 euro ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher aber hier zieht bei mir wirklich der geschmack es gibt noch neutralen es gibt noch mehr rettich dann gibt es noch bärlauch genau und irgendwie schnittlauch oder kräuter oder vor also mir läuft jetzt schon das wasser im mund zusammen den feier ich also den werde ich immer wieder nachkaufen das ist wirklich so nicht richtig leckere angelegenheit es gibt andere die ich in letzter zeit probiert habe der von ok hat mich echt enttäuscht der schmeckt ja wie als hättest du einen halbfett käse also ich habe schon lange nicht mehr dieses gefühl im mund gehabt von halbfett das war eine sache früher meiner diätzeit die ich echt lange durchgezogen habe also hat mir gar nicht geschmeckt und der ist einfach wunderbar der ist echt lecker probiert den mal wenn ihr in den supermarkt in der nähe habt ich weiß nicht ob screenhard auch in anderen leben gibt das weiß ich nicht aber einfach mal die augen aufmachen nach der marke die ist halt echt lecker augenbraun seit ich meinen pony raus wachsen lassen der sitzt einfach nie ideal auch jetzt gefällt mir nicht aber er muss erst mal eine runde wachsen um das zu machen was ich möchte das hat im moment noch zu kurz schrägstrich zu lang um noch normal zu tragen aber zu kurz um seitlich zu tragen weil ich halt doch irgendwie eine hohe stunden habe das darf man nicht vergessen passe ich ein bisschen mehr auf meine augenbrauen auf ich bin jetzt nicht jemand der sich regelmäßig schminkt aber augenbrauen müssen schon sein und einer von euch hat mich darauf aufmerksam gemacht du das teil von essens hat mikroplastik man muss immer noch so unheimlich aufpassen was da draußen mikroplastik hat und was nicht ich möchte euch selbstverständlich auch hier an der stelle wieder ein bisschen wach rütteln ein bisschen aufmerksamer machen dass man da ein bisschen besser aufpassen muss ich bin auch beim letzten dm halle habe ich zwei sachen dabei gehabt mit mikroplastik ein kajal und das andere waren hauspray nicht aufgefasst und dm macht halt schon stark werbung damit dass sie hat viele produkte anbieten ohne mikroplastik tun sie auch aber es ist immer noch so dass 80 prozent der produkte die sie verkaufen eben plastik enthalten und es geht gar nicht und wenn wir hat der industrie da draußen nicht zeigen wir wollen das nicht wir lehnen das komplett ab wird sich einfach nichts ändern es hat sich ein bisschen was verändert finde ich gut dass eben gerade so große hersteller wie rostmann und dm jetzt da so ein bisschen ich will jetzt nicht sein greenwashing betreiben aber sie hat wirklich ebenso produkte anbieten aber es ist schon ein bisschen greenwashing und das ist jetzt ja ein duo von alberde an dem stift erkennt man schon den habe ich das ein oder andere mal verwendet das ist der blond das ist hier auch denke ich die farbe blond ja es ist sogar aschblond es gibt blond und aschblond weil ich von natur aus ebenso aschblond dunkel blond bin wenn ich jetzt denkt so eigentlich ist das nicht so du bist du eher braun gefärbt ich habe vor über einem jahr meine haare gespendet und da musste ich meine haare nochmals ein letztes mal sozusagen färben damit das einheitlich ist die farbe lasse ich mir inzwischen raus wachsen und das was da jetzt rauskommt ist natürlich relativ dunkel ich hoffe ich krieg meine alte haarfarbe noch so ein bisschen zurück weil das ist schon sehr dunkel finde ich also sehr kräulich aber was will man machen und da passt das halt unwahrscheinlich gute zu und das habe ich eh schon öfters die hat ist nicht so ideal wie jetzt beispielsweise der von essence muss ich ehrlich zugeben aber das thema mikroplastik ist halt einfach wichtig und ich möchte dich noch mal dazu anregen da ein bisschen umzudenken dieses produkt hier habe ich auf meinem kanal vorgestellt und wenn du bock hast und die zeit noch reicht einen monat lang hast du die möglichkeit also ich werde drei von diesem produkt hier verlosen was ich kann auch sagen was ich in dem produkt nicht so gut finde es ist weil es halt wirklich sehr leicht ist was es aber wieder positiv macht macht es irgendwie sinn man kann ohne weiteres auf dieses produkt drauf sonnenschutz auftragen weil ich bin jetzt eher jemand ich habe mir schaut und die ihr in richtung fertig geht hier habe ich halt so trockene stellen und so und man kann die wunderbar unter und aus sonnencreme auftragen drüber eine sonnencreme und hat dann hat nicht zu viel aufgetragen das hat immer so das problem ich habe in der vergangenheit der zeit immer die tagescreme weggelassen und die ist in sachen feuchtigkeit halt richtig gut gerade jemand der eben fettige haut hat hat meistens eine feuchtigkeitsarme haut deswegen fällt die haut danach und da ist die eine richtig coole sache kostet 15 euro bekommst du ohne weiteres bei dm ist ocean safe ist recycelt abzeichnet also es ist kreisbruch verwendet worden die verpackung ist aus materialien aus dem gelten sack also wirklich nachhaltig und ich mag das total also ich werde die creme hundertprozentig nach kaufen weil sie einfach meine haut auch so gut getan hat also die beruhigt hat auch richtig gut kennst du das produkt ganz sehr gerne unten mal in die kommentare schreiben und vergiss nicht an gewünschten teilzunehmen ihr wisst ich bin ein ganz ganz großer fan von face theory und ich bin strumpfträgerin und habe mir einfach jetzt mal gesagt jetzt kaufst du dir mal die pflege für den körper die ein bisschen hochwertiger ist hochwertige inhaltsstoffe weil ich mit der gesichtspflege von face theory einfach sensationell gut klarkomme und durch das dass ihr aha drin hast und ich immer wieder die probleme habe dass ich irgendwie so ein gewachsene haare ab und so das kriegt man so richtig gut im griff ich hätte nicht gedacht dass es funktioniert die creme ist echt super kostet natürlich mehr also wer gewöhnt ist in dm zu gehen und höchstens fünf euro für seine body butter etc auszugeben die kostet das dreifache 15 euro oder so aber man muss sie hat auch nicht immer verwenden und wichtig dass alle körperteile die der sonne oder dem licht ausgesetzt sind sonnenschutz drauf das steht auch auf der hohen page drauf sonnenschutz ist eh was wichtiges und gerade wenn du mit säuren arbeitest und hier sind halt säuren verarbeitet das bedeutet wenn du die aufträgst prickelts ein bisschen sie ist das aber trotzdem total rot verträglich ich lieb ich mag nur den duft nicht so ganz das ist das melisse also das muss jetzt nicht unbedingt sein ich hole mir die sachen eigentlich grundsätzlich immer unparfümiert das passt auf jeden fall face theory falls du das noch nicht kennt das nicht richtig großartige marke und ich habe schon einiges von der marke vorgestellt ich glaube jeder von uns kennt einhorn und wir mädels kennen glaube inzwischen alle diese knallbunten verpackungen bezüglich tampons ich habe einiges im fernen bereich getestet und mit vielen sachen nicht so ganz einhergegangen also bei mir ist es halt so ich habe im moment einen ausgeprägten progesteronmangel durch das blute ich recht stark funktionieren für mich alle dinge hat einfach nicht ich würde sie gerne nachhaltiger machen indem ich halt eine periodenunterwäsche auch testen möchte es geht aber moment nicht weil wie gesagt die blutung noch zu stark ist und da funktioniert für mich das hat am allerbesten ich bin auch mit dem menstruationsteil sind nicht zurecht gekommen es funktioniert hat eben nicht immer alles und das ist auch okay wenn was nicht funktioniert trotzdem aber nachhaltig ist deswegen achte ich halt darauf wirklich tampons zu verwenden die eben nachhaltig angebaut sind also aus nachhaltiger baumwolle sind und hier ist noch nicht mal plastik mit dabei das ist eine richtig tolle sache die packung mit 16 stück kostet 3 euro 15 oder so ist natürlich eine ansage aber das ist mir halt wichtig also wenn schon andere dinge für mich nicht funktionieren gucke ich halt schon darauf dass wenn ich sowas verwende dass es eben nachhaltig angebaut ist auch wenn die sache an sich nicht nachhaltig ist weil man sie ja immer regelmäßig neu dann verwendet na also man kann sie nicht waschen eine sache die du waschen kannst oder eben immer wieder verwenden kannst ist nachhaltiger als ebenso was die mag ich ich gerne kaufe ich mir inzwischen auch immer wieder nach wenn es mal die nicht gibt dann greife ich immer zu anderen marken bin aber dann immer so ich vermisse hat schon die einhorn dinge an diesen halt echt am allerbesten das waren meine zehn dinge der letzten zeit was sind deine zehn dinge denken dann schreibt fünf davon in die kommentare ich bin da immer super gespannt ich möchte mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten geben wir doch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst man aber ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht gut tschüss